Hallo und herzlich willkommen zurück zum Eurodruck Simulator 2. Ja, wir sind mal wieder in England, in Cambridge, das heißt wir fahren wieder einen englischen LKW. Das wird wieder lustig, Freunde, das wird wieder lustig. Auch wieder ohne Navi, das ist, naja, gut. Aber wir haben jetzt wieder einen anderen LKW. Das ist ja auch was, die Frage ist nur, ob ich den fahren kann. Das ist wieder was anderes. Weil ich da halt wieder, ja, was auch immer. Okay, was soll's, was soll's, was soll's. Ach, es war grün, ich Idiot. Warum fahre ich denn nicht? Ich bin auch schlau. Oh, jetzt sehe ich, ach, da vorne haben wir ja auch eine Ampel. Okay, kann ich mal wieder runterschalten hier. Ja, ich bin ja auch schlau. Da war grün und ich halt an. Gut, das war so geplant. Ja, wir fahren einen alten Mercedes Actros mit einem merkwürdigen Dach, möchte ich sagen. Und zwar von Cambridge nach Hamburg. Genau, irgendwas mit Havars. Da haben wir kurz die Portrackernipp genommen. Wir kriegen dafür knapp 17.000 Euro, 40 Stunden Fahrzeit. Was natürlich Quatsch ist, weil wir allein schon ewig mit dem Schiff unterwegs sind, mit der Fähre. Da sind wir, glaube ich, schon 18 Stunden oder so unterwegs. Waren es 18 Stunden, ich glaube, es waren sogar noch mehr. Ja, Kumpel, fahr. Fahr. Komm, Kumpel. Kumpel, fahr. Dann halt nicht. Dann halt nicht, weißt du. Nee, ist okay. Aber wir können übrigens mal hier hinten die Rundumleucht anmachen. Dann halt nicht, letzte Fett. Wollte ich mal höflich sein, vorlassen. Nein, warum auch? Mein Gott. So, wir sind hier bei 48. Das heißt, wir sind ungefähr bei 30 Meilen die Stunde. Zack. Da steht so wieder ein KMH. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, hier können wir auf jeden Fall fahren. Guck mal, da habe ich auch schön, hier habe ich jetzt schon zum Beispiel schön im Blick den Mittelstreifen, an dem ich mich orientieren kann. Habe ich bei dem anderen LKW natürlich auch, aber es ist hier einfach so ungewohnt auf einmal. Ich weiß nicht. Es ist sehr, sehr ungewohnt. Aber was willst du machen? Das kriegt mal hin. So, jetzt können wir hier ein bisschen Gas geben. Jetzt sind 80, das heißt 60 Meilen die Stunde. Das ist fast am Anschlag, was die Karre schafft. Und auch der hat keinen Zähler für die jetzige Fahrt. Warum haben das, warum hat das zum Beispiel mein DAF? Oder der neue Mercedes-Benz. Warum haben die das? Und zum Beispiel der alte Actros oder ein Scania R, warum haben die das nicht? Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht die Anzeige von der aktuellen Fahrt bei dem DAF, den wir haben. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch schon wieder nicht geguckt mit dem Berliner Ring oder ob da irgendwo eine Taste gibt es ein Zurücksetzen, weil ich es vergessen habe. Ich habe auch gar nicht so lange Aufnahmepause jetzt gemacht, zwischen der letzten Folge und jetzt. Ich habe nochmal ganz kurz einen Schluck getrunken. Und dann ging es auch eigentlich schon weiter. Also noch eine Fahrt ausgewählt, dann ging es auch schon wieder weiter. Weil ich mich da jetzt nicht unbedingt lange aufhalten möchte, wenn ich ehrlich bin. So. Ja, mittlerweile bin ich jetzt bei 1 Stunde 40 Aufnahme tatsächlich. Und das ist die vierte Folge schon. Das ist gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. So. Aber naja, ich mache eine Folge, nach der kommt noch eine Folge und dann ist die Aufnahmesession auch schon wieder rum. Ging ziemlich schnell, wenn ich ehrlich bin. Die 1 Stunde 40 habe ich gar nicht so mitgekriegt. Gerade die letzte Folge, beziehungsweise die letzten zwei Folgen irgendwie gar nicht so. Da habe ich auf einmal so aufs Navigate gesehen. Oh, wir müssen ja nur 50 Kilometer. Wow. Gut, jetzt sind wir 866 Kilometer. Wir fahren aber mit der Fähre. Ja, das muss man mit einbeziehen. Wir fahren mit der Fähre 12 oder 18 Stunden oder 16 Stunden. Irgendwas in dem Dreh. Von daher. Naja, ist die Zahl nicht das, was wir im Endeffekt wirklich fahren. Ich würde sagen, wir fahren im Endeffekt vielleicht, naja, wieder so 500 bis 600 Kilometer wirklich selbst. Sagen wir mal so 400 bis 600 Kilometer fahren wir selbst. Und der Rest ist wieder Fähre. Das ist einfach so. Wir können ja mal schauen. Jetzt sind wir ungefähr bei 850. Wir waren so ungefähr, wie viel fahren wir? Bei 870 ungefähr, glaube ich. Wir können ja mal gucken, vielleicht steht das irgendwo, wie lange die Fahrt mit der Fähre ist. Also nicht wie lange gedauert, sondern wie weit die ist von den Kilometern her. Übrigens ist die Anzeige da unten auch in Kilometern. Wie viel der LKW schon hinter sich hat, gesamt. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ganz merkwürdig. Übrigens müsste es auch die Zeit umstellen, wenn wir westlich von London sind. Da ist ja dann eine andere Zeitzone. Beziehungsweise die Zeitzone geht ja quer durch London. Ja, doch, geht quer durch London. Ja, ich war ja leider selber nicht da. Naja, da hatte ich auch schon mal drüber geredet. Muss ich auch nicht unbedingt nochmal drüber reden. Wir sind jetzt übrigens bei 185.000 Euro ungefähr. Das heißt, es fehlen nur noch so 170.000. Bis zur eigenen Firma. Bis da dieses kleine Special kommt. Eine Garage ausbauen, LKW kaufen, Fahrer einstellen. Und da entscheidet sich auch... Vielleicht entscheide ich mich ja schon mal, um wir kaufen kein Renault Premium. Sondern ich gucke, dass wir vielleicht ein Mitnavi kaufen. Ein irgendein LKW Mitnavi. Dass wir den DAF an unseren Fahrer übergeben. Und den neuen LKW selber mal ein paar Folgen vielleicht fahren. Das kann natürlich auch passieren. Also einfach überraschen lassen. Aber erstmal müssen wir halt gucken, dass wir wirklich das Geld auch zusammen kriegen. Jetzt könnten wir theoretisch die Garage ausbauen. Aber ich mache das dann lieber gleich hintereinander. Dann habe ich lieber erstmal die 300.000 auf dem Konto. Und kann das dann gleich alles mit einem Schlag wegmachen. Und nicht, dass ich sage, jetzt baue ich die Garage aus. Und dann kaufe ich den LKW. Und da steht dann wieder eine Folge drum da. Und dann hole ich erst den Fahrer oder so. Nein. Das mache ich in einer Folge. Das mache ich in einer Folge durch dann. Und dann haben wir das alles zusammen. Weißt du. Und dann ist das auch erledigt erstmal. Ich glaube, wenn wir die Garage ausbauen, passen dann sogar drei LKWs rein. Das heißt, wir können dann schon wieder auf den nächsten dann sparen, theoretisch. Ich glaube, ich glaube, da passen dann drei LKW rein. Wenn wir die nochmal ausbauen. Und der Ausbau, der auf den kommt, den Volk, die wir jetzt planen, der ist, glaube ich, sogar dann billiger. Der kostet, glaube ich, nur 150.000. Und bietet, glaube ich, wieder Platz für zwei LKW mehr. Bzw. jedenfalls war es so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Bzw. es war sehr merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, ob es immer noch so ist. Das werden wir dann auch alles sehen. Würde mich aber nicht wundern, wenn es noch so ist. Wenn ich ehrlich bin. Ich würde auch sagen, wir bauen erstmal unsere Hauptzentrale quasi aus. Komplett. Und stellen noch LKWs rein, bevor wir uns irgendwo in eine Außenstelle krallen. Weil, ne, bevor da die gut andere andererseits passen in eine gekaufte Außenstelle. Ich glaube, drei LKWs rein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren drei LKWs sogar. Was mich jetzt wieder auf den Gedanken bringt, vielleicht kaufen wir doch erstmal eine ersten Außenstelle mit dem LKW dazu, weißt du? Weil wir da dann gleich drei LKWs reinballern könnten. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob in die Garage wirklich drei reinpassen. Vielleicht passen auch nur zwei auf einen. Ich weiß es nicht. Ist schon ein bisschen her. So, Horvich, da stand es schon. Oder Horvich? 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 Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das Fernzeichen. Da müssen wir hin. Immer in Richtung Fernzeichen. So, hier ist wieder so schön eng die Kurve. Das ist ganz toll. Da haben wir, glaube ich, gerade wieder die Leitplanke erwischt. Gut, ich meine, dafür gibt es die ja dann. Dementsprechend. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, passt. Ist halt total ungewohnt, irgendwie durch die Kurve zu fahren, wenn das Lenkrad auf der falschen Seite ist. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. So, da sieht man es auch nochmal. Wir fahren ein Actros von Mercedes-Benz. Oder war es Daimler-Benz? Ich weiß es nicht. Die haben sich übrigens nie kennengelernt, ne? Die damaligen Chefs von Daimler und Mercedes-Benz. Die haben sich, oder beziehungsweise hieß es damals noch nur Benz? Ich weiß es gar nicht. Die haben sich ja nie persönlich gesehen. Die haben ja immer nur irgendwie Briefe geschrieben oder was. Oder sich halt Nachrichten geschrieben. Die haben sich nie persönlich gesehen, quasi. Auch merkwürdig, ne? Ich fusioniere meine Firmen, beziehungsweise baue so ein extremes Imperium quasi auf. Und habe den anderen nie gesehen. Ich weiß nicht. Würde ich persönlich nicht machen. Weil ich würde schon gerne den Typen sehen, mit dem ich da zusammenarbeite, quasi, ne? Aber ich meine, wenn die damals das nicht so sahen, dann ist das so nicht. Jetzt können sie es schlecht machen, weil die sind schon lange hin. Glaube ich. Also theoretisch müssten sie eigentlich tot sein, beide, ne? So, Freunde. Wir sind wieder 30. Das heißt, da ist der Fährhafen. Sehr schön. Dann werden wir mal sehen, wie lange wir unterwegs sind. Wow! Natürlich. Alter, ist es gerade noch einer hinten draufgeknallt? Kann das sein? Ne. Was war das gerade? Da hat doch gerade noch was irgendwie gerumpelt. Was war denn das? Kumpel, fahr! Fahr! Da vorne ist... Alter, da vorne ist Platz, Mann! Wissen Sie nicht. Da komm, jetzt fahr! Ne, das hab ich mir gedacht, Kumpel. Das hab ich mir gedacht. Erst so halb rausfahren, dann stehen bleiben. Ein Renault Premium sieht mit dem Anhänger gut aus, weil es farblich passt. Ja, nix Blinker. Vielen Dank. Vielen Dank für das nicht vorhandene Blinken, damit ich genau weiß, dass ich schon losfahren darf. Weißt du? Ne, ist okay. So, hier müssen wir rein. Und da ist der Fährhafen schon. Wir müssen dann wieder den Motor ausmachen, aber die Handbremse auslassen. Sonst haben wir wieder keine Druckluft im Bremssystem. Und das ist ätzend. Jedes Mal aufs Neue. So, 48 sind wir hier. Zack. So, da vorne ist noch eine Korreitung. Wo müssen wir da langen? Ich glaube hier lang. Ja. Ich glaube hier abbiegen. Ja, Fährhafen ist noch da. Alles klar. Sind die Busse eigentlich auch andersrum komplett? Warum ist da die Einstiegstür bei dem Bus? Das verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite ist auch eine. Was ist das denn? Ganz merkwürdig. So, hier müssen wir rein. Am besten ohne, dass wir hier irgendeine von den Mauern oder den Zäuden mitnehmen. Das wäre ganz lieb. So. So. Mal ein Stück vor. So. Wir haben noch wie viel vor uns? 725 Kilometer. Dauert 8 Stunden. 725... Wie viel waren es jetzt? Das will ich nochmal genau wissen. 725 sind wir jetzt bei 725. Jetzt fahren wir da rüber und sind bei... Oh, wieder ein Trigger gekommen mit dem Finger. Entschuldigung. Und sind bei 725. Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Willst du mich rollen? Was ist das denn? Aha. 518. Das klingt schon akzeptabler. So, jetzt müssen wir wieder auf der Seite fahren. Das klingt schon sinnvoll. Wir sind also ungefähr 200 Kilometer mit der Fähre gefahren. Gut, dann sind es nicht 400 bis 600 Kilometer, die wir wirklich selber fahren, sondern ein bisschen mehr. Aber bei ungefähr 900 Kilometern waren, 200 sind wir also bei ungefähr 700 Kilometern, die wir tatsächlich dann selbst fahren, ne? Naja. Macht nix. Sind es halt 100 Kilometer mehr, als ich erst dachte. Macht ja nichts. So, da ist Richtung Amsterdam, sehe ich. Nein, Rotterdam. Entschuldigung. Natürlich, wie konnte ich das nur verwechseln? Klingt ja irgendwie alles gleich. Amsterdam, Rotterdam, keine Ahnung. So, wie viele sind 80? Das heißt, 60 Mal in die Stunde ungefähr. Schalten nicht vergessen. Na gut. 8 Stunden 17 Minuten. Wir haben hoffentlich gepennt. Jawohl, wir können also durchziehen. Das ist gut. Und das heißt natürlich, dass wir auch durchziehen werden. Das ist klar. So, dann einmal hier rum. Wieder an den schönen Windrädern vorbei. Hier waren wir auch öfters in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, ne? Und wir sind nur noch bei 184.000. Wir haben jetzt einen Haufen hingelegt. 960 Euro hingelegt für die scheiß Überfahrt. Junge, junge, junge. Naja, was soll's. Jo, 80. Ach, 80 sind wir bei 50 Mal in die Stunde ungefähr. Okay, okay. Dann habe ich mal nichts gesagt. Noch mal was gegen das Pappmoll getan. Ah, wir müssen da schon rüber. Richtung Amsterdam dann. Richtung Amsterdam-Damm. Oh, junge, dann fahr vorbei. Wenn er mich schon nicht lässt. Alter, Junge, fahr! Ey, ich fass es nicht, ey. Was ist denn nur los heute mit den Fahrern? Sind denn sie alle bescheuert? Haben die alle gekifft? Wir müssen doch alle was genommen haben, ey. Wir haben doch die falschen Tabletten geschluckt heute Morgen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wir müssen gucken, dass wir da jetzt rumkommen. Das ist auch traumhaft. Ach, erwarte, das ist nett. So, nochmal schön geblendet als Tank. So. Schön schief rumgezogen, aber das ist okay. So, dann können wir auch da wieder rüber. Hier sind 50, da müssen wir ein bisschen aufpassen. 50. So, 7. Untergang im vollen Anschlag. Da können wir nochmal glatt hier einen hochschalten. Hallo? Tempomat rein, Mensch. So. Man vergleiche jetzt bitte, wie knapp das hier aussieht, was ich an dem Bordstein langfahre, und wie knapp das aussieht im Rückspiegel. Ja? Hier, ich fahre, aus meiner Sicht, fahre ich schon auf dem Bürgersteig. Ich fahre aus meiner Sicht schon auf dem Bürgersteig, bin aber noch locker einen halben Meter davon weg. Das ist schon, das ist schon arg. Merkwürdig. Ist vielleicht in Wirklichkeit auch so, ich weiß es nicht, ich habe noch nie selbst in einem LKW gesessen. Also, im echten Leben so. Warum sind hier immer noch 50 Leute? Was ist denn los? Alter, Amsterdam ist schon 3 Millionen Kilometer weg wieder. Was ist das denn? Ganze Tunnel mit der 50 langtuckern, das gibt es doch gar nicht. So, da hinten ist schon wieder freigegeben, aber ich fahre ja noch 50, weil ich Angst habe, dass da irgendwo ein Blitzer, dass es irgendwie so 3 Meter vor dem Schild ein Blitzer ist, weißt du? So, 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 so abzocken mäßig. Naja. Da kommt immer mit der Bekundung, ja, 50 gilt, bis es aufgehoben ist, a la 3 Meter vorm Schild, dass die 50 aufgehoben sind. Ja, also, sorry, das ist dann wirklich abzocke einfach. Das ist nichts anderes. Ganz mit nichts erzählen. Das ist genau wie 3 Meter hinterm 50 Schild. Mit der Bekundung, ja, 50 sind, wenn das 50 Schild da steht. Das ist genauso, das ist einfach nur abzocke. Ganz mit nichts erzählen. So, naja, gut, da fährt wieder das Flugzeug über die Brücke. Sehr vertrauenserweckend. Hätte ich ein bisschen Angst. Was ist denn, wenn die Brücke auf einmal einstürzt, ey? Da landet gerade ein Flugzeug. Autobahn freut sich, würde ich sagen. So, ich muss mal wieder runterschalten. Jetzt habe ich wieder ganz hochgeschaltet und dass ich auf die Umdrehung geachtet habe, so ein bisschen. Naja. So, 450 Kilometer haben wir noch vor uns. Jetzt kann ich wieder ein bisschen hochschalten. Tank ist noch halb voll. Ja, wir könnten dann, wir können mal wieder irgendwo gucken, ob wir vielleicht mal wieder irgendwo tanken können. Das kann man vielleicht mal machen. Das ist, denke ich, okay. Wenn ich jetzt hier gucke, okay, naja, ich weiß nicht. Das mit dem Rückspiegel, weißt du, so im Vergleich ist ein bisschen komisch. Hier sehe ich zum Beispiel den weißen Strich nicht mehr, bin aber noch voll weit weg. Das ist komisch irgendwie, ich weiß nicht. Naja. Wären wir nicht schneller oder? Hochschalten muss ich ja nicht, weil wir sind ja nicht bei 2500 Umdrehungen. Weil wenn ich jetzt hochschalte, wir wären ja nicht schneller. Doch, wären wir. Tatsache. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Ich nehme alles zurück. Glaube ich. Nicht alles. Nicht unbedingt alles. Nur die Aussage, dass wir, dass ich nicht hätte hochschalten müssen. So, hier nochmal rum. Es ist, es ist verwirrend, auf der falschen Seite zu sitzen. Ich weiß nicht, warum. So, jetzt sind wieder 50. Da werden wir wieder geblitzt, wenn wir 51 fahren. Das kennen wir doch. Von daher 50. So, Taurus, genau 50. Die können uns jetzt nichts. Von daher, so, da gehen auch glatt die Lichter an. Das könnten wir auch mal tun. Achso, ja, da stand gerade mit Radarfalle. Hm, natürlich. Natürlich. Bietet sich doch an, in der 50er Zone auf der Autobahn. Bietet sich das doch an, Leute. 50. Es ist ätzend. 50 fahren. Wow. So, da ist wieder freigegeben. Ich warte, bis das Schild durch ist. Sonst blitzen die wieder, die Schweine. So, jetzt kann man wieder runterschalten. Jetzt kann man wieder ein bisschen Gas geben hier. So, wir können gleich mal tanken fahren. Das ist eine Idee. Das ist ein Vorschlag. Wir gehen uns gerade da so anbieten. Tankstelle, da lang und jetzt da lang. So, zeichn wir mal her, hier. Wir brauchen mal a little bit of Sprit, my friend. A little bit of Sprit. Oder aus. Handbremse können wir mal kurz reinmachen, klar. So, mal sehen, das rein. 1,41. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ich bezahl's ja nicht. Von daher ist nicht das Wurst. So, zack. Wie viel Liter haben wir jetzt eigentlich im Tank? Sieht man natürlich hier überhaupt nicht. Doch, da, 600 Liter. 600 Liter nur. Okay, das ist kein Detektiv, ne? Da passen nur 600 Liter auf einer rein. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Ich bezahl's, ich war da jetzt nicht das Wurst. Ja, 450 Liter auf 100 Kilometer. Diese Verbrauchsanzeige ist der Hammer. 277 Liter, yo, läuft. Wir können es ja mal anlassen, einfach nur ein bisschen lustig ist. 350 Liter, yo. Die Anzeige ist der Hammer, ey. Guck mal was der auf 100 Kilometer frisst. Wahnsinn. Der frisst das Andertalbfahrer von dem, was unser DAF frisst. Das ist, das ist krass. Das ist echt heftig. Jetzt muss man sich nicht mal so vor Augen halten, so 50 Liter im Gegensatz zu 77 Litern, das ist schon ein Unterschied. Das muss man sagen. 77 Liter auf 100 Kilometer, yo. Wahnsinn, ey. 77,1, das wird immer mehr, jetzt ist es wieder runtergegangen, jetzt wird es gleich wieder mehr. Wir werden jetzt wieder Gas geben, jetzt zieht er wieder ein bisschen ordentlich. Jo, 77,1, jawoll. Das ist heftig, also, pfuh. Da sagst du nichts, Freunde. Da sagst du nichts. 77,2, jo, hat immer mehr. Krass. Wir werden aber auch nicht schneller, ne? Wir, jetzt, wir saugen und saugen und saugen hier, äh, den, 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 Kraftstoff, den, Diesel raus, weißt du, werden nicht unbedingt schneller. Jetzt werden wir langsam wieder schneller. So, wir müssen nach Richtung Asnabrück und Bremen. So, jetzt geht der Verbrauch wieder runter, jetzt geht er wieder hoch, jetzt geht er wieder runter. Naja, Verbrauch durchschnittlich geht auch wieder runter. Der schluckt schon einiges. Der hat aber, glaube ich, auch schon ein paar Kilometer verkuppelt, ne? Kann das sein? Ja, 82.000 Kilometer. Halt. Na, hier. Ja, 82.150 Kilometer. Äh, da kann er schon mal ein bisschen mehr saugen, denke ich. Auch wenn man jetzt, jetzt den Verbrauch durchschnittlich ganz schön wieder drücken. Weil wir halt gerade Gas geben ohne Ende. Weißt du, wo er halt nicht viel tun muss, wo er wirklich nicht so viel saugen muss, da kann man den ein bisschen runter drücken. Wir werden jetzt, wenn man nur das kurze Wegstück nimmt, von, vom Verbrauch her, wahrscheinlich so ungefähr bei so, 38 bis 40 Liter, äh, auf 100 Kilometern. Aber wir haben ja vorhin gerade mal wieder 350 Liter auf 100 Kilometer gezogen, kurzzeitig. Krass. Naja, ich mach mal hier der Tempokat rein. Setzt, Setzt drinnen? Ja, ist drin. Gut. Äh, damit ich die Wehtasse nicht wieder mal trittieren muss. Die, heult schon teilweise, vor Schmerzen. Klingt irgendwie merkwürdig. Stell dir mal vor, deine Tasse schreide ich billig an. Äh, äh, bitte nicht drücken, äh, tut so weh. Es wäre gruselig, ich würde nie wieder an ein PC gehen, wo ich meine Tasten anschreien würde. Oder so anfliehen. Äh, bitte nicht, nicht mich schon wieder. Äh, 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 ein paar Tasten würden sich freuen, weil ich die nie benutze, aber so ein paar andere, wie zum Beispiel die W-Taste, die würde schreien vor Schmerz. Die würde einfach nur schreien, weil ich die, weil ich sie vergewaltige, quasi, so mit meinem Finger. Da ist der, die drauf tippen und drauf pressen und drauf hämmern und drauf schlagen wie so ein Berserker. Hier kann ich natürlich wieder nicht rüber. Oh, Freunde, es war gerade knapp, möchte ich sagen. Huuu, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, gib Gas, 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 Gas. So, jetzt geht er vor Ort wieder hoch. Wir haben ihn schön auf 72 Liter gedrückt, jetzt geht er wieder hoch. Ja, jetzt drückt man wieder ein bisschen hoch. Ich meine, das ist nicht unser LKW, wir müssen das nicht bezahlen. Ja, so ist es nicht. Aber, ich meine, hm, so 72 Liter von 100 Kilometer ist immer noch fast, ist immer noch knappes anderthalbfache von dem, was da da frisst. Also, das ist schon ein Unterschied. Muss man schon mal sagen. 90 Kilometer ist immer noch ein bisschen an der Leitgang eingeblieben. Wir sind auch ein bisschen an der Leitgang lang gestraffelt. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Ja, natürlich. Oh, Mann, scheiße. Ich habe mich nicht am Mittelstrich orientiert, ja, an der Mittellinie. So fahren. Fuck it. Was soll's? Wir können hier rüber. Der Typ da hinten biegt ab. Bzw. fährt runter. In dem Fall hoch eigentlich, aber weißt schon. Naja, was soll's. 300 Kilometer haben wir noch. Das ist okay. Da wird die Folge, ja, wir sind jetzt ungefähr 26 Minuten. Das ist okay. Ne, ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit mit, weil, damit die Folge ja nicht zu lang lehrten. Beziehungsweise, jetzt könnte ich sowieso nichts dagegen tun. Wenn sie jetzt eine Stunde lang werden würde, würde es eine Stunde lang. Weil, ich habe ja gesagt, ne, Fahrten unterbreche ich nicht. Beziehungsweise, die führe ich halt zu Ende und mache mich irgendwo mittendrin einen Schnitt rein. Weil, das ist kacke. Das finde ich, finde ich mies. Muss ich zugeben. Das finde ich mies. So. Wir fahren wieder nach Deutschland. Deutschland. Können wir mal machen hier. Wuppwupp. Nö, doch nicht. Okay. So, tanken müssen wir nicht. Tank ist noch voll. Mehr als 2 Drittel. Ich gehe ruhigstens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Oder? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind neun Striche. Also sind es acht Neunte. Naja, gut. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Voll ist voll. Naja. So, die Rundumleuchte kreiselt da schön im Rückspiegel vor sich hin. Das finde ich ganz toll. Das kann sie gerne tun. Sieht irgendwie komisch aus. Jum, 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 jum. Wir müssen da rüber. Scheiße. Natürlich aufgepasst, dass es da wieder einspurig wird. Ist aber auch merkwürdig, ey. Dass es hier einspurig wird, einfach. Naja. Was willst du machen? So. Ich könnte übrigens auch mal im Steam Workshop ein bisschen rumsuchen, ob es da vielleicht mal was Interessantes gibt, was man sich mal angucken könnte. Tatsächlich. Das wäre mal interessant. Muss ich zugeben, das wäre interessant. Da könnte man ja auch so testweise, dass ich mir so ein Account anlege, da mal irgendwie gucke, dass ich mir da gleich mal so zwei, drei Millionen draufballere, dass ihr da mal diese Dinge aus dem Steamwork glaubst, mal so ein bisschen austesten, ein bisschen ausprobieren, so, weißt du? Wir müssen jetzt so ein bisschen präsentieren, das wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre vielleicht eine Idee, aber mal gucken. Vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich das noch nicht. Weiß ich nicht. Oh, jetzt müssen wir hier wieder hochrippeln, die Scheißkurve mal wieder. Flieger, grüß mir die Sonne. Ich weiß, der Text geht schon so, aber die Melodie ist wahrscheinlich falsch. Das macht aber nichts. Der Motor beschwert sich ein bisschen, dass ich wieder nicht schalte. Das macht aber nichts, weil der Motor ist mir egal. Das ist nicht mein LKW. So, 200 Liter auf 100 Kilometer, das ist okay. Das hat jeder Standard-LKW so als Verbrauch. Das ist ja, weil er da Spritverbrauch in einem Panzer, ey. So ein Panzer in China ist auch heftig, der kann so Treibstoff direkt in die Auspuffrohre einleiten, dass er sich selber einnebelt. Das ist richtig übel. Das ist eine Umweltverschmutzung einfach. Ich meine, es ist zwar sinnvoll in dem Moment, dass der Panzer halt nicht gesehen wird, dass er nicht abgeschossen wird, aber es ist einfach so eine Umweltverpestung. Dass sie da den Treibstoff direkt flüssig, so wie er ist, in die Abgasrohre reinballern. Boah, mies. Dass er sich quasi so einrußt einfach. Weißt du, der Panzer sieht zwar selber nichts mehr, aber er wird auch nicht gesehen. Naja, ob das so toll ist, weiß ich nicht. Ich meine, es ist gut, dass er selber nicht gesehen wird, da kann nicht abgeschossen werden. Das Problem ist, er sieht halt auch nichts. Von daher ist es eigentlich, naja, es bringt halt eigentlich nichts. Die Bedrohung ist dadurch nicht eliminiert. Die ist höchstens aufgeschoben. Selbst wenn, wahrscheinlich ballert der Gegner dann einfach mal blind in die Rauchwolke einfach rein und wahrscheinlich trifft er dann auch noch. Wenn du Pech hast, trifft er dann auch noch und dann war das Ganze für den Arsch. Und ich meine, Krieg ist nie irgendwie ökonomisch oder ökologisch so, weiß ich so, dass der Panzer so 5 Liter Treibstoff per 100 km braucht. Das ist klar, dass das so nicht funktioniert. Das ist einfach nur die schiere Masse, die das einfach unmöglich macht. Guck mal, wir verbrauchen gerade gar nichts auf 100 km. Das ist schön. Dass wir gerade keinen Kraftstoff verbrauchen, ist okay. Jetzt verbrauchen wir wieder ein bisschen was. Aber wir haben ihn schon wieder auf 73 Liter runtergedrückt. Das ist okay. Jetzt brauchen wir wieder nichts mehr. Es ist schön. Es ist schön zu beobachten. Ich weiß nicht. Ich finde es lustig. Wir müssen hier ein bisschen was ziehen. Jetzt geht es wieder bergauf. Ja, da ziehen wir wieder 100 Liter. Na, 90 war es. Okay. Dafür drücken wir jetzt wieder ein bisschen. Dafür geht er jetzt wieder ein bisschen hoch. So, und jetzt drücken wir wieder ein bisschen runter. Ein heilloses Hin und Her. Naja, was willst du machen? Jetzt drücken wir wieder, weil es wieder bergauf geht. Ach, traurig eigentlich. Naja, was willst du tun? Nicht? Elektro-LKWs gibt es ja nicht. Oder? Also bei uns jedenfalls nicht. Beziehungsweise höchstens als Prototyp, aber wenn ich sehe, dass die Elektroautos, dass da die Batterien irgendwie nur für 400 Kilometer reichen. Und so ein Auto verbraucht halt wesentlich weniger als ein LKW. Wie lang sollte da eine Batterie beim LKW halten? 100 Kilometer? Und dann irgendwie 3 Stunden Batterie aufladen für nochmal 100 Kilometer? Dann kriegst du halt die Krise. Das ist glaube ich noch nicht machbar. Es ist bei Autos sinnlos, dass die da irgendwie nur so 400 Kilometer kommen, weil 400 Kilometer, wenn du, ich sag mal, wenn du jeden Tag unterwegs bist, fährst zur Arbeit und wieder nach Hause, sagen wir mal 50 Kilometer. Und dann musst du noch einkaufen, fahren und vielleicht mal auf eine Bank oder zu Bekannten, zu Freunden, zu, keine Ahnung wohin. Also die 400 Kilometer eigentlich auch nichts. Also wenn du wirklich jeden Tag, wenn du aufs Auto angewiesen bist, sind 400 Kilometer ein Scheißdreck. Das muss man einfach so sagen, da sind 400 Kilometer nichts. Machst du gerne mal 10.000 Kilometer im Jahr. Mindestens. Also da kriegst du gut Kilometer auf dem Tacho, oder ist das? Naja, das ist halt so. Aber wir fahren mal rüber, ich mach mal meine Flasche auf, das ist was gegen das Papp, 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 Papp mal tun. So. Schon besser. Merkt man glaube ich auch an der Stimme, ne? Dass sie dann immer so ein bisschen äh, fader wird, oder so ein bisschen leiser, oder so ein bisschen, naja, die wird dann so ein bisschen anders. Das krieg ich jedenfalls mit. Ich weiß nicht, ob das in der Audioaufnahme auch so rüberkommt, aber ich krieg das auf jeden Fall mit, dass da die Stimme ein bisschen schlechter wird, auf jeden Fall. Oh, Freunde, er kommt da mit 300 Sachen angeschossen, oder wat? Alter, den hab ich ja mal, den hab ich gar nicht kommen sehen. Den hab ich echt nicht kommen sehen. Tut mir leid, aber den hab ich echt nicht kommen sehen. Der war auf einmal da, zack, und da war er schon drinne. Krass. Gut, sind wir halt bei 184.307 Euro. Wat soll's. Wir kriegen aber wieder ein bisschen was rein. Und zwar kriegen wir rein genau 17.776 Euro. Äh, 67 Euro, Entschuldigung. Nein, kriegt man nicht, wir haben einen 1% Schaden. Das heißt, da geht bisschen was ab. Gut, sind wir bei ungefähr, sagen wir mal, so 16.000 Euro. Auf jeden Fall kriegen, das ist okay. Gut, davon müssen wir jetzt noch abziehen, dass wir ein Tausender ungefähr hingelegt haben, dass wir überhaupt hier wieder aufs Festland kommen. Das heißt, wir verdienen ungefähr 15.000 an den Ding. Wir verdienen ungefähr 15.000 an der Fracht. Gut, ist auch okay. Kann man auch machen. Das ist noch im Rahmen, denke ich. Kann man nicht meckern, denke ich, glaube ich, meine ich, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall sind wir unter 100 Kilometern, die noch übrig sind. Ich frage mich, warum 90 Kilometer anderthalb Stunden dauern, wenn wir mit 90 Kilometern die Stunde unterwegs sind. Das ist mir noch so ein kleines bisschen ein Rätsel, weil wenn wir mit 90 Kilometern die Stunde unterwegs sind, können 90 Kilometer, die wir noch fahren müssen, nicht anderthalb Stunden brauchen. Wenn wir theoretisch mit 60 Kilometern die Stunde unterwegs sind, das ist Schwachsinn. Weil wir sind mit 90 Kilometern die Stunde unterwegs. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Ich weiß es nicht. Ist aber wahrscheinlich auch zu kompliziert, das wirklich immer nach der Punkt, nach der Geschwindigkeit gerade auszurechnen, weil du hast die Schwankungen 90, 89, 90, 89, das müsste das Grip immer wieder umrechnen. Wenn du einmal stark in die Eisen gehst, dann fährst du mit 150, dann muss er das wieder umrechnen und dann gibt es wieder Gas, dann muss er das wieder umrechnen und immer. Das würde wahrscheinlich einfach an der Performance ziehen. Weil das halt dann auch wieder Arbeitsspeicherverbrauch ne. Das würde wahrscheinlich einfach nur an der Performance ziehen und das wollen wir ja auch nicht unbedingt. Das möchten wir ja nicht unbedingt. Und ganz ehrlich, es geht auch so. Ich meine, auf die Zeit gucke ich eh eher weniger, sondern mehr auf die Kilometer, die wir tatsächlich noch haben. Weil hier 50 Kilometer, 52 Kilometer, dann 50 Minuten ist ja auch Schwachsinn. Ähm, ne. Nur mal so. So, die 45 Kilometer dürfen jetzt eigentlich nur 30 Minuten dauern. Weil wir mit 90 unterwegs sind. Also, wenn wir die 90 Kilometer die Stunde halten würden. Das tun wir natürlich nicht, weil jetzt zum Beispiel müssen wir auf 80 wieder runterbremsen. Und gucken, dass wir den Typen hier überholt kriegen. Gut, die Abfahrt ist da vorne, den können wir hinterhertuckern. Das ist okay. Das können wir jetzt nochmal machen. Denke ich. Das ist okay. Das ist machbar. Ach ja, guck mal, wir sind auf unter 70 Litern auf 100 Kilometer. Durchschnittlich. Möchte ich dazu erwähnen, durchschnittlich. Naja, was soll's. So, wir können ja ein bisschen rollern lassen. Wir sind jetzt mit 70 ungefähr unterwegs. Wir können ein bisschen kullern lassen. Wir brauchen ja keinen Kraftstoff. Schauen wir ein bisschen den Tank, schon mal auch ein bisschen den LKW an sich. So, 60 können wir doch nochmal kurz Gas geben. Weil die Abfahrt führt sowieso nach unten. Da rollen wir dann sowieso wieder los. Da können wir dann eh wieder ein bisschen Speed auf den Tacho wieder. Von daher rollen wir hier jetzt mal ein bisschen. So, ein bisschen bremsen, ein bisschen bremsen. So, es müsste gehen. Jawohl. So, kommen wir hier rum. So, jetzt aufpassen, dass wir nicht hier wieder zu schnell werden. Ja, passt. So, zack, zack. Tja, mal sehen. Jetzt habe ich die Klappe gehalten. Ich weiß gar nicht, warum. Wenn ich ehrlich bin. War nicht lange. So, kurze Erholpause für die Ohren. Weil ich euch das Video knapp 40 Minuten vollgequatscht habe. 8 Kilometer haben wir noch. Dann teils wir gleich da. Nicht? Mal sehen, was wir da an EP kriegen. Hoffentlich wieder so 1048 rum. Das wäre ganz nett. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht. Weil wegen Level aufsteigen und so. Wäre ganz nett. Ich meine, neuen Motor für unseren DAF kriegen wir eh nicht. Aber halt noch so ein bisschen Accessoire. Accessoire. Technisch kriegen wir dann noch so ein bisschen was. und halt des Geldes wegen den Fahrten dann auch. Weißt du? Umso mehr Geld kriegen wir auch. Umso höher der Level ist, umso mehr Geld kriegen wir. Umso länger werden auch die Fahrten und alle. Uuuch. Eieiei. So, jetzt stehen wir hier schön wieder über beide Spuren und die Ampel wird nicht rot. Äh, grün. Ampel wird nicht rot. Hm, ist klar. So. Mach den Blinker aus, Mensch. Was denn da los? Wir fahren mal am Fragezeichen vorbei. Einfach nur, weil es, weil sich es vom Weg her überhaupt, weil sich es vom Weg her überhaupt nichts nimmt. Verdammt. Doch mal, da bin ich mir wieder an einer scheiß Leitklang. Ist doch gar nett. Ähm. Weil nimmt sich vom Weg her überhaupt nichts. Ob ich jetzt geradeaus fahre oder abbiege, ist Jacke wie Hose. Weißt du? Also es ist, es ist, es ist, es ist, genau dasselbe Weg. Hauptsache ich komme an. Da kann ich auch gleich, das ist glaube ich ein Lkw-Händler da vorne mitnehmen. Ja, da ist die, da ist die Lupe hier für Arbeitsagentur. Also quasi Arbeiter suchen soll das symbolisieren, glaube ich. Dann ist das da vorne so ein Lkw-Händler wieder. Kleiner allerdings nur. Ja, da sehen wir uns schon. Ich sehe noch nicht, was die Flagge ist, aber es müsste, ist es ein Mercedes? Mercedes oder Volvo vielleicht? Ich sehe es nicht. Äh, es ist, es ist DAF. Es ist DAF. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Es ist DAF. Es ist Volvo. Es ist kein DAF. Es ist Volvo. Es ist ein Iveco. Leck mich am Arsch. Nein, das gibt es doch nicht. Es ist ein Iveco, okay. Erst habe ich DAF gesehen, dann habe ich doch Volvo gesehen, am Ende ist es doch Iveco. Naja, was sollt. So, da müssen wir nochmal rum. Ja, nimmt sich vom Weg her eigentlich überhaupt nichts. Und wir haben halt noch einen Lkw-Händler gefunden. Ich meine, gut, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil Iveco kaufe ich nicht. Aber, wir haben den halt. Weißt du, wir haben den und dann ist gut. So, jetzt fangen wir hier nochmal rum. Ich weiß nicht, ohne irgendwas zu touchieren. Wir haben schon ein Prozent Schaden an der Cover. Wahrscheinlich sind es jetzt zwei Prozent. Nein, gut. Das ist okay. So, wir müssen hier aber mal rumdrehen. Ach doch, wie macht er die Kackblinker aus? Mensch, ich bin jetzt auf die Warnbienger gekommen, Mensch. Das hat gar nicht. Mal gucken, wie ich hier da reinkomme. Wir haben den Bienger in den Bienger gekommen, das tut mir leid. Was passiert, wenn ich da halt mal platzen muss? Das ist ein Binderluch, wenn ich reich bin. Aber guck mal, das funktioniert heute irgendwie wie gestört und groß. So, Motor aus, Licht aus, und abgeben. Gute Arbeit leider nur. 16.000 kriegen wir, 1.124 EP, na das läuft doch. Und ich sag, bis zur nächsten Folge. Tschüss. die Kacken, die Kacken, Halstmin, Untertitelung des ZDF, 2020